Das ist ein Mädel, genau, das Laich drin ist. Aber das ist den ganzen Sommer letztes Jahr so dick gewesen. Ja, das ist nur Laich, das ist alles schön, das ist nicht wabbelig, ist aber auch nicht fest, also kein Tumor oder so, das ist ganz normal Laich. Manche bilden das ziemlich extrem. Hi everyone, welcome back to my channel. Today is 7 o'clock in the morning in Germany. I just woke up and today also I'm going to show you our Japanese Koi Pant. Our pond is not that big, it's about 1.5 meter deep and it has 14 liters of water. Before we had about 12 to 15 fish inside, but unfortunately some died already. We wanted to have more but because the size of our pond, it's not that big and also not healthy for the fish. If it's too populated, so now we only have about 7 or 8 fish. If you can hear, that is the filter and we also have the ahorn tree, Japanese tree. A week ago, we took 2 fish and we brought it to a Koi specialist because we noticed that they were jumping a lot in the water. So let's take a look on the next video so you can see how we transported the fish and how it was examined. So let's take a look on the next video so you can see how we transported the fish and how it was examined. So let's take a look on the next video. So let's take a look. Jetzt kommt das, jetzt wird einer flach, jetzt wird es ein Trägen. So dick. Der Fäck, das hat nichts, dass er ausfällt. Oh, guck mal der Moonshot, guck mal. Der Moonshot, guck mal. Du siehst dich nicht, warum? So we have to transport the fish for about one hour. Das ist ein Mädel, das ist leicht drin. Aber erst den ganzen Sommer, letztes Jahr so dick. Ja, das ist nur leicht, das ist alles schön, das ist nicht wabbelig, ist aber auch nicht fest, also kein Tumor. Das ist ganz normal leicht. Manche bilden das ziemlich extrem. Und er hat halt noch das Problem, dass das Maul immer, oder sie, dass das Maul immer aufsteht. So eine habe ich auch. Aber da würde ich auch nichts dran machen, oder? Da kann man nichts dran machen, das ist das Problem. Okay. Also wenn es frisch ist, kann man es manchmal noch so einrenken. Aber ich habe das auch bei meiner probiert und ich habe es nicht mehr so gekriegt. Das Maul steht offen. Irgendwann verkalkt wird. Aber die kommen damit eigentlich ganz gut zu. Also manchmal ist es auch wieder zu, aber dann ist es nur noch eine ganze Zeit offen. Das ist auch immer kalt. Ja. Das ist auch immer kalt. Ja. Aber sie kann es so jetzt nicht schließen, wenn ich jetzt... Ja, 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 ja. Na ja, ich muss doch mal einmal drehen. Oh. 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 Das sieht bei meiner auch an. Man konnte es nur bis zu einem gewissen Grad zu machen. Mhm. Das ist schon... Das sieht ganz ähnlich aus. Diese Verkrümmung nach unten des Mauls. Das ist irgendwie... Äh... Ein Gefäck. Genau so sieht es bei meiner auch aus. So. Guck mal her. Ein bisschen. Hm. Ja, jetzt. Guck mal her. Oh, hier ist die Polen. Ja, 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 ja. Fein. Und sie springen und scheuern jetzt. Ja. Also schon letztes Jahr. Ja. Da war ein bekannter von mir da, der ist gespielt. Ja. Er hat einen Abstrich genommen. Mhm. Mhm. So. Also schon letztes Jahr. Ja. Da war ein bekannter von mir da, der ist gespielt. Er hat einen Abstrich genommen. Töne Tag und 2 rum. Ja, ja. Trich. Ja, ja, ja. ões millionaire hat. Wir müssen nicht wieder reinschirmen, wenn wir nicht raus sind. Das war sehr stressvoll für den Fisch. Alles gut. Alles gut, du bist doch schon wieder. Wie geht das raus? Die Koi haben zwei Parasites gefunden. Die Lernia oder Angkor Worm, das ist oft auf Kohlfisch. Und die andere ist Kostja, das ist ein Parasite, in Kohlfisch. So, unsere Fisch müssen wir beherrschen. Wir haben eine Medizin, eine Liquidform. After the day they were examined, my husband put first the medicine against Kostja Parasites. So, the water of our pond was turned into color blue. I think he did it for three times or three days. So, we hope it will take away the parasite and the medicine for Angkor Worm. will be followed after a couple of days. So guys, before I will end this video, I just want to say thank you to all of my fellow YouTubers. I just want, I just want to say big shout out to Jaden's channel. Travelness of Spain, Money Collector of Sean Lemon, Takari Fam. Labakit Kilai, Branded by YP of UK. Coin Junkie of Australia and also to Patricia Lee of Japan. and also to Kaelin Scope of Dubai, together with Aploi and Junmao. 2K19, Ronald Havrena, Winiamoth also in Dubai. Marley Hangkan from Germany and also to Aupinas of Australia. And also, Filipina in Central Pennsylvania. And also, if there are some new videos that I upload, they will always comment and comment. And also, Pinay and Farm Travels. Fine Kabayan TV! Yes! And Emma Tyler and to all of my friends in Germany. Jezebel, Ruffer, Vicky Krosho, Sineos, Joanne, Holden Braid. And the rest of Trifonk Deutschland, my group. My groupmates or my friends. Thank you very much and I hope you will continue to support me. God bless us all and thank you for watching!